Fähr in den Boxen, das ist der Start zum zweiten Rennenpreis der Allianz Swiss General Agentur Thomas M. Bergermint in Kuh. Das Feld formiert sich, einen guten Start erwischt. Rennen of Life mit Olivier Plasse in Weiß und Grün. Olivier Plasse, der aus Singapur angereist ist, um hier dabei zu sein. Innen mit der Nummer 1 Prado und Nadja Burger, gefolgt von Chorobita, der Nummer 7 mit Silvia Casanova, die in Ubersachsen aufgewachsen ist, dann folgt Giorgina mit, dahinter Manzano, Raminu und Molly Max. In ansprechendem Tempo, innen Prado, der jetzt die Spitze übernimmt, an zweiter Stelle Rennen of Life, dann Chorobita, Giorgina, Raminu, Manzano und auf etwas Abstand Molly Jack. Trado und Nadja Burger in Front, dahinter Olivier Plasse mit Rennen of Life, dann folgt Chorobita mit Silvia Casanova, gefolgt von Giorgina und Sharon Shaw, dann Karins Malm mit Raminu in Blau und Orange, in Gelb und Schwarz ist es Manzano und Dürren Bürglin und dort schon 5-6 Längen Rückstand für Molly Jack in Grün und Orange mit Anna-Ell. So kommt das Feld gleich auf die zweite von drei Tribünenpassagen, mit Prado innen, Hand of Life außen, innen lauert Chorobita, außen in Gelb, Grün und Weiss ist es Giorgina, gefolgt von Raminu, der eben an drittletzter Stelle galoppiert, Manzano ist zweitletzter und auf Molly Jack findet wieder Anschluss. Auf die letzte Runde kommt jetzt Rennen of Life unter Druck, Olivier Plasse, der hier vorwärts reiten muss, damit Rennen of Life an zweiter Stelle bleibt und das tut sie jetzt. Vorne ist Prado, der im Moment wie aus einem Guss galoppiert, Rennen of Life wird bemüht und hält den zweiten Platz, dritte ist Chorobita, die es jedenfalls mit den Händen vorwärts geritten wird, dann Giorgina, die noch in sehr Unterhaltung galoppiert, an vierter Stelle, jetzt an dritte Stelle geht, an die zweitplatzierte Rennen of Life angreift und die durch Butter an zweite Stelle geht. Vorne jetzt die beiden Schützlinge von Josef Stadner, das ist Prado und Giorgina. Rennen of Life ist fürs Auge geschlagen, Manzano geht an dritte Stelle, aber doch schon zwei Längen hinter den beiden Stadnern fern. Molitschek an fünfter Stelle, Chorobita und ganz am Schluss Raminot, der hier fast zu Fall kommt, aber auf den Beinen bleibt. Vorne der Angriff vor Giorgina, rechts außen auf Prado. Giorgina und Prado, es wird einen Sieg geben für Josef Stadner, der kann sich mal für die Siege erinnern, vorbereitet ihn ist Prado und Giorgina. Prado zieht nochmal an, Prado vor Giorgina. Dann folgt Manzano. Molitschek holt sich das vierte Geld. Rennen of Life ist fünfte. Dann folgt Camino und Chorobita. Toller Sieg aber praktisch.